Die Schweizer Textil- und Bekleidungsbranche ist hochtechnologisiert und braucht für den Betrieb einen konstanten Energiezufluss. Ein Stromabkommen würde uns, wie auch unseren Nachbarländern helfen, eine stabile und nachhaltige Produktion zu gewährleisten. Eine Strommangellage bedeutet für uns, dass unsere Maschinen stillstehen. Das ist Gift für die Textilbranche. Es muss deshalb Bewegung ins EU-Dossier kommen. Wir brauchen eine konstruktive Europapolitik. Jetzt! Das ist Gift für die Textilbranche.